Moin, moin, brothers and sisters, mein Name ist Stanley Snacks und heute zocken wir... Scheiße, schock, nein! Oh Gott, ich hasse dich so sehr. Danke. Du benutzt in der ersten Runde schon dieses Scheiß-Double-Damage, das ist so erbärmlich, ne? Ja, ich weiß, aber meine Spider ist eh scheiße. Ich glaube, ich verfehle die Spider. Wie, deine Spider ist scheiße, das waren 80 Damage in der ersten Runde. Ja, es hat aber nur einen Treffer. Oh mein Gott, du verstehst das Leben nicht, wirklich nicht. Doch, ich verstehe das Leben, ich verstehe dich nur nicht. Ja, ist klar. Das Problem ist, du schätzt keine 80 Damage mehr, aber eventuell wird meine Tarantula jetzt mehr Schaden machen. Komm her, Baby. Wie? Oh Gott, sie trifft nur ein einziges Mal, ist das ätzend. Hä, sie hat gar nicht getroffen. Na klar hat sie getroffen, 20 Damage. Hä? Oh Gott, ich werde die Runde so hart verlieren. Ja, natürlich wie immer. Du liebst es zu provozieren, oder? Ja. Oh Gott, ich hasse dich so sehr. Hä, jetzt mal ehrlich, ich dachtest du wirklich noch eine Chance. Jetzt mal so unter uns. Na klar, normalerweise habe ich auch eine Chance gegen dich. Ich meine, du bist ein Loser. Du bist Kacke. Alter, das war nicht schön. Oh Gott, ich hasse dich gerade wirklich so sehr, dass du mir diese drei Gears geklaut hast. Schade, die gehören mir, meine Gears. Nein, normalerweise waren das meine Gears, aber welcher Mensch traut sich bitte sehr von einem Schwarzen zu klauen? Du hast meinen Respekt. Danke, also ich traue mich definitiv nicht. Na klar, du hast mir gerade drei Gears geklaut, du Asi. Ich weiß, du Asi. Aber dafür werde ich dich jetzt fertig machen, weißt du was? Das war mein Warm-up. Gefällt es dir, mit mir Videos zu machen? Ja klar, du bist echt ein netter Mensch. Danke, Schneili. Nein, Spaß, du bist ein Bastard. Du brauchst jetzt gar nicht zu weinen. Ich meine, du willst gerade auf mich schießen. Also wundere dich doch nicht, dass ich dich Bastard nenne. Oh Gott, wie zur Hölle. Nein. Oh mein Gott, hä, was passiert? Oh Gott, ich glaube das jetzt nicht. 162 Schaden in der ersten Runde. Ciao, ich bin raus. Was ist passiert? Ey, das ist doch so mies dämlich. Hä, aber wieso hat das in Nachträglich so viel Schaden gemacht? Weil irgendwas nochmal zurückgeflogen ist bei Travelers. Das fliegt ja alles komplett random da rum. Nein. Oh Gott, das ist doch so dämlich. Wie kann man in der ersten Runde so viel Schaden machen? Wie kann ich jetzt noch gewinnen? Naja, indem deine Waffe jetzt Millionen Schaden macht. Ja, meine Waffe wird aber keine Millionen Schaden machen. Meine Waffe macht nicht mehr 100 Schaden. Ah, verstehe, okay. Oh Gott, und du hast zweimal Travelers. Zweimal. Ja, ja. Und jetzt will mir noch einer sagen. Feldschock bevorzugt Weiße. Ja, richtig. Das ist sowies asozial. Wie kann man in der ersten Runde über 150 Schaden machen? Danke für die Empfehlung, Seilina. Für die Waffe Travelers. Ja, kein Problem, mein Freund. Ich empfehle dir noch eine Waffe. Welcher? Selbstmord. Was ich aber fragen wollte, na? Ja, frag mich, mein Freund. Frag mich. Und zwar, sieht man mich dauerhaft in der Cam eigentlich? Ja, man sieht dich dauerhaft in der Cam. Bin ich schön? Sorry, aber wow, nein. Du bist ja so mies hässlich. Das meinst du nicht so, oder? Oh doch, das meine ich so. Ich habe selten sowas Hässliches gesehen wie dich. Oh, das kann ich dein Ernst sein. Ich hasse es langsam. Ich hasse es wirklich. Wie kannst du nur? Oh Gott, 120 Schaden direkt wieder in der ersten Runde. Das Leben ist so hart, ne? Naja, du hast gar nicht mehr schön. Nein, das Ding ist, du bist wirklich nicht schön. Aber trotzdem, es ist kein Grund, jemanden 120 Schaden zu machen. Wirklich nicht. Doch, weil du gesagt hast, ich bin nicht schön. Dann passiert sowas halt. Okay, kannst du mal ganz kurz zu mir sagen, dass ich hässlich bin? Du bist hässlich. Okay, jetzt kommt auch der Damage. Jetzt kommt auch der Damage. Oh Gott, oh Gott, weiter geht's. Let's go. Eie, eie, eie. Ja, okay. Oh Gott, es waren in Anführungszeichen nur 90 Schaden. Ja. Und ich glaube, ich bin tot, oder? Ja. Oh Gott, das ist doch so mies unfair mit dieser scheiß Travelerswaffe. Die tötet einen in der ersten Runde. Naja, also nicht in der ersten Runde, aber in der zweiten meistens. Ja, nicht in der ersten Runde, aber in der zweiten meistens. Das ändert doch nichts dran. Doch, sehr viel. Nein, ich finde das doch so mies unfair. Es tut mir leid. Ey, wo ist es unfair? Hallo, du tötest mich theoretisch in der ersten Runde. Wenn du eine Runde lang mal nicht anfangen dürftest, wärst du so mies tot. Ja, ist klar. Nein, ich verspreche dir, du wärst so mies tot. Okay, du hast versprochen. Okay, diese Runde fange ich an und du wirst sehen, wie du sterben wirst, okay? Okay. Das Ding ist, you don't have any respect. Nope, hab ich auch nicht. Wirklich nicht. Sogar nicht. Ja, deswegen bringe ich dir jetzt ein kleines bisschen Respekt bei. Oh Gott, war das dämlich. Obwohl, oh Gott, warte mal, 6 Damage auf dich? Sehr nice. Oh, 12 Schaden. Ich bin... Sogar 18 Schaden. 18 Schaden in der ersten Runde ist doch okay. Findest du? Naja, ich finde es jetzt nicht gut, aber ich finde es okay. Du findest es gut, oder? Nein, ich finde es nicht gut. Ah, oh Gott, das kann ich dein Ernst sein. 71er Crit in... Oh Gott, es ist doch so lächerlich. Was ist denn lächerlich? Wir hatten in unserem Leben noch nicht so eine lächerliche... Oh, 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 oh. Sexy, sexy, sexy. Kommt noch ein bisschen vor. Ja, gut, danke. Sehr gut. Ja, kein Problem, mein Freund. Okay, bin gespannt. Mal sehen. Bist du wirklich gespannt? Ja, zeig, wie du mich töten willst. Naja, okay, dann zeige ich es. Dann zeige ich es mal. Okay. Let's go, komm her. Oh, 144 damage, sehr nice. Das war ein Fehler. Wieso war das ein Fehler? Oh Gott, du hast einen Arrow. Habe ich wirklich? Ja, ich weiß, du hast einen scheiß Pfeil. Oh Gott, töte mich einfach, okay? Okay. Ich hasse mein Leben so sehr gerade, ne? Oh Gott, bitte überlebe, obwohl... Oh mein Gott, ich habe noch zwei Leben. Okay, bin gespannt, ne, was du machen willst. Du hast 38 Leben? Ja. Oh, du bist tot. Okay. Lol, du bist tot. Du bist definitiv tot. Oh Gott, rest in peace. Hm, okay, nice. Und siehst du das, nur weil ich die Runde angefangen habe? Ah, ich hätte dich übrigens töten können, ne? Arrow hat dich nicht hundertprozentig getroffen. Du hast mich aber manipuliert, weil ich hatte andere Waffen, die dich hundertprozentig töten hätten können. Hundertprozentig. Ach, jetzt schiebst du mir die Schuld, dass du mich nicht getötet hast. Ja. Du hast an allem Schuld. Nein, ich habe dich an allem Schuld. Are you ready? Okay, ja, bin bereit, bin bereit. Geht's dir noch gut? Oh ja, mir geht's gerade richtig gut. Okay, jetzt wirst du auf die Fresse bekommen, sorry. Nein, ich werde dich auf die Fresse bekommen, weißt du wieso? Wie, wieso? Siehst du nicht, ich fange wieder an. Ja, und? Ja, deswegen werde ich dich nicht auf die Fresse bekommen. Wie soll das möglich sein? Ich hätte dich im letzten Spiel töten können. Ja, aber du hast es nicht getan, weil du schlecht bist. Ich habe es nur nicht getan, weil du damit noch Motivation hast, wenn du mir zu spielen. Ah, nur weil ich Motivation habe. Das ist eine Ausrede. Du konntest mich gar nicht töten, okay? Ja, ich hätte dich wirklich töten. Oh, und du hast gerade relativ guten Schaden gemacht. Ja, ich weiß. Mal sehen. Ähm, ich glaube, ich setze diese Waffe ein, weil die Waffe könnte dir auch extrem guten Schaden machen. Komm her, Baby. Let's go, bitte Kritte. Ei, die krittet eigentlich relativ oft, weißt du? Ja, verstehe, verstehe. Okay, lass mich mal sehen. Was für eine Waffe setze ich ein? Ich glaube, ich setze den Spotter ein. Oh, okay, warte mal. Das war extrem guter Schaden. Sehr nice, sehr nice, ja. Wille machst du noch 32? Ey, ich setze jetzt aus Prinzip eine Waffe ein, okay? Wirklich nur aus Prinzip. Okay. Weil das bestimmt richtig geil aussieht. Welche? Komm her, das sieht bestimmt richtig geil aus. Let's go. Oh Gott, lol. Hä, das ist voll verbuggt, aber es... Hä? Es hat mich nicht getroffen. Wie zur Hölle, normalerweise sollte es dich noch treffen. Es sollte durch das orange Portal und danach durch das blaue und dich dann treffen. Oder auch nicht. Hä, ich kapiere das gerade gar nicht. Oder auch nicht. Nein, wie zur Hölle. Und du setzt so eine Disrespect-Waffe ein. Tja, so ist es halt verloren. Ey, warte mal. Wie lange ist es her, dass wir diese Waffe eingesetzt haben, die du gerade eingesetzt hast? Die haben wir am Anfang immer eingesetzt. Ja, am Anfang, aber jetzt gerade haben wir die in letzter Zeit fast gar nicht mehr eingesetzt. Die haben die gar nicht mehr eingesetzt, weil diese Waffe ist nicht so gut für mich. Ei, ich finde die eigentlich schon richtig gut. Das ist ein 100%-Treffer, der 80 kritten kann. Ja, stimmt. Aber Level 3 oder Level 4 von der Waffe ist richtig scheiße. Richtig Mist. Aber Level 4? Was macht Level 4? Nein, ich wusste es gerade nicht, ob es Level 3 oder Level 4 waren. Ah ja, du hast doch begonnen letzte Runde. Und du hast trotzdem verloren, ne? Nur mal zu 10 vor. Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Achso, ja, genau. Ja, das darfst du nicht vergessen, mein Freund. Und jetzt werde ich dich trotzdem kalt machen, weil ich wieder anfangen darf. Let's go. Pam, pam, pam. 64 Damage in der ersten Runde. Nice. Nice. Oh Gott, du setzt die Spider ein. Die ist immer kacke bei dir. Wirklich jedes einzelne Mal. Ja, ist nicht auch nicht so schlimm. Oh, das findest du also nicht so schlimm? Ne. Dann will ich mal kurz sehen, wie du das hier findest. Eventuell findest du das hier schlimm. Komm her, let's go. Oh, mein Gott. Wow. 110 Damage. Sehr nice. Äh, ja, aber kein Respekt, wirklich so gar nicht. So null. Wieso zur Hölle kriege ich keinen Respekt von dir? Ich kapier das nicht. Weil dein Treffer, es war grausam, okay? Es war wirklich grausam. Nein, es waren 110 Schaden. 110 Schaden sind niemals grausam. Oh nein. Das hier war grausam. Oh Gott, wo zur Hölle bin ich jetzt gerade? Oh mein Gott. Es hat dir trotzdem nicht viel gebracht, Mann. Es hat dir trotzdem nicht viel gebracht. Es tut mir leid. Rest in Peace. Okay. Früher hatte ich mal Respekt vor dir, aber der ist weg. Was soll das früher immer hin? Ich hatte noch nie... Oh, okay, du versuchst mich gerade zu beleidigen. Hä? Das Ding ist, du verlierst die ganze Zeit Gears. Wie ist es so, hä? Äh, mir geht's gut. Ich hab noch genug Gears. Und dir? Äh, mir geht's eigentlich relativ kacke. Wieso? Weil ich mit dir spielen muss. Beleidigend werden, ne? Das kannst du, ne? Nein, ich werd grad nicht beleidigend. Ich kann auch beleidigend werden, wenn du willst. Du beleidigst mich. Nein, ich hab dich noch nicht ein einziges Mal beleidigt, du Weißer. Es war nicht so böse gemeint. Und was zur Hölle ist gerade passiert, hä? Was war das für eine Waffe? Hä, das war das Square, aber das ist einfach verschwunden. Hä? Hä, wie zur Hölle konnte die Waffe einfach verschwinden? Ich kapier grad gar nichts mehr. Hä, weil die Waffe hat auch kein Sounds mehr. Lol. Hö, das war voll weird gerade, sorry. Ja, du hast irgendwo gegengeschossen, was falsch war. Sorry, du hast es einfach keine gemacht. Nein, dein Gesicht ist falsch, sorry. Autsch. Das hat ein bisschen weh, ehrlich gesagt. Ich hab grad ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor der Waffe, weil es ein Double-Ding ist, obwohl, lol. Lol. Äh, ich glaub, ich hab die Runde verloren. Wieso? Naja, weil du mir die ganze Zeit Damage machen kannst und ich grad gar nichts machen kann, obwohl du hast dir grad selbst Schaden gemacht. Ich hab mir das selbst Schaden gemacht, ja, das stimmt. Das war ein bisschen dämlich von dir. Ja, aber ich akzeptiere es. Akzeptierst du es wie die schwarze Rasse? Nein, das nicht. Du wolltest grad sagen, die akzeptiere ich eh nicht, ne? Du kleiner Rassist. Sei leise, okay? Ich weiß genau, was du sagen wolltest, du kleiner Rassist. Sei leise, okay? Oh Gott, ne Ghostbomb, das ist erbärmlich. Tja, so ist das Leben halt, ne, mein Freund? Oh. Double-Damage. Wollen wir mal ganz kurz gucken, wie das Leben so ist? Kriegst du eh nicht Double-Damage, sorry, so gar nicht. Das Ding ist, wenn ich dich jetzt damit treffen würde, würde, dann wärst du tot. Ja, ist so klar, aber wirst du nicht. Denitiv wärst du dann tot. Komm her, Baby, komm her. Mit Double-Damage. Oh Gott, du bist tot. Du bist definitiv tot, es tut mir leid. Rest in Peace. Du hast so ein Glück. Das liegt nur daran, dass du nicht an mich geglaubt hast. Mhm. 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 Na gut, da ich in letzter Zeit wirklich jede einzelne Runde gewinne. Ja. Letzte Runde entscheidet, würde ich sagen, oder? Ja, letzte Runde entscheidet. Du bist erbärmlich. Are you ready to lose or not? Ähm, ich werde hundertprozentig nicht verlieren. Doch, wirst du. Nein, ich glaube an die schwarze Macht der Karten. Ja, sie aber an dich nicht. Na klar glaubt sie an mich. Nein! Oh doch, oh Gott, hab ich grad verfehlt. Oh Gott, oh Gott. Obwohl, lol, es könnte treffen. Nein, schade, es war so knapp. Das war richtig gefährlich, Alter. Ey, warte mal, du hast grad mit 50 gekrittet wegen der Death Weight? Ja, anscheinend schon. Oh Gott, ist das ätzend. Oh Mann. Das Ding ist, ich muss dich jetzt langsam treffen, sonst verliere ich die Runde so oder so. Ich will an deinen 14 riechen. Lass mich das. Okay, lass mich das. Was zur Hölle redest du gerade? Du bist verrückt geworden. Wieso bin ich verrückt geworden? Oh Gott, wie können deine Waffen gerade so gut treffen? Das ist doch nicht wahr. Wieso ist das nicht wahr? Hä? Weil du sonst nie triffst. Ich treff immer. Nein, sonst triffst du halt wirklich nie. Ich treff immer, hä? Nein, du triffst nie, Mann. Hör doch auf zu diskutieren. Bist du dumm? Du bist grad so provokant. Und du wirst noch so auf die Presse bekommen. Es tut mir leid. Bin echt gespannt. Oh Gott, ist es dein Ernst, dass du diese Waffe einsetzt? Das ist doch erbärmlich. Nein, ich treffe auch, by the way, ne? Ja, du triffst mit der Waffe. Wow. Welcher Mensch trifft mit der Waffe nicht, hä? Nein, ich treffe auch, by the way, ne? Du provozierst den ganzen Tag. Tja, mal gucken, wie du mich hier treffen willst, ne? Das würde mich wirklich interessieren. Das Problem ist, ich weiß ehrlich gesagt null, wie ich dich da treffen soll. Wegen diesen dummen Portalen. Die regen mich so auf. Tja, so ist halt das Leben, ne? Loser. Äh. Du Arschloch. Aber wirst du mich treffen, ist die Frage? Oh, ich hab dich getroffen. Hey. Ja, okay. Aber freust du dich jetzt? Na klar, das war grad ein Portal-Skillshot mit 70 Damage. Ja, okay, aber freust du dich jetzt? Hä? Na klar freu ich mich jetzt gerade. Hä? Ich hör mal die Burgler ein. Das war voll die falsche Frage. Oh Gott, was zur Hölle? Du setzt den Burgler ein? Du bist erbärmlich. Ach so, ja. Wie gesagt, ich hab auf die letzte gewartet, letztend entscheidet, damit ich noch kurz gewinnen kann. Und damit ich mir die ganze Mühe nicht machen kann, damit dein Video ein bisschen besser ist. Du kannst mich später danken, ne? Ich danke dir vielmals. Irgendwann hau ich diesem Jungen auf die Fresse. Hast du morgen Zeit? Okay, Leute. Damit beenden wir jetzt hier die Folge. Obwohl, Danny willst du noch was zum Abschluss sagen? Hast du morgen Zeit? Okay, Leute. Damit beenden wir jetzt hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis morgen. Bis morgen.